Diese hier angebotene 3-Zimmer-Wohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf unter Bilk. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der möblierten Wohnung liegt bei ca. 85 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 1.750 Euro. Kontaktieren Sie uns für nähere Informationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017